Endlich! Ein ganz spezieller Immobilien-Deal hier bei Philadelphia kam zu einem erfolgreichen Abschluss. Dieser Deal hat mich jede Menge Nerven und auch einen Polizeibesuch gekostet. Was genau passiert ist, erfährst du in diesem Video. Let's get into it! Willkommen bei der Lucas Show. Mein Name ist Lucas. Gemeinsam mit Partnern kaufe, entwickle und verwalte ich hier Immobilien an der Ostküste der USA. Wir halten diese Immobilien einerseits für den eigenen Bestand, aber natürlich auch im Auftrag europäischer Investoren hier in den USA als Man on the Ground. Den Deal, um den es heute geht, den habe ich dir bereits in Episode 59 vorgestellt. Es ist ein Zweifamilienhaus, für das haben wir ein verbindliches Angebot abgegeben. Nach langem Hin und Her und unserer Inspektion mit einem Gutachter haben wir uns auf einen Preis geeinigt und der Deal wurde geclosed, erfolgreich abgeschlossen. Und hier könnte die Story auch schlicht und einfach zu Ende gehen. Ende gut, alles gut, toll. Reiter in den Sonnenuntergang. Lass mich raten. Betrug, Betrug und Betrug. Echt jetzt, so vorhersehbar. Nach zahlreichen Immobiliendeals für unsere Investoren, aber auch für uns selbst, haben wir hier bereits eine Menge erlebt. Das heißt, jede Menge Closings gab, jede Menge Stolpersteine. Aber die Quintessenz war, wir haben die Deals immer zu einem erfolgreichen Ende gebracht. Freundlich ausgedrückt, die Auslegung des rechtlichen Rahmens durch die Makler erfolgte recht häufig sehr großzügig. Dazu gibt es auch ein paar Videos von mir. Schau dir einfach mal die Playlists an. Die Links dazu findest du in der Beschreibung dieses Videos. Wir konnten bisher jedes Mal für unsere Investoren das Beste aus den Deals rausholen. Aber was bei diesem Deal passierte, das überschritt eine rote Linie. Wenn du mir bei Instagram folgst, dann weißt du, da ist was vorgefallen und zwar musste ich zur Polizei. Aber fangen wir die Story einfach mal ganz von vorne an. Der erste Akt. Auftritt Cruella. Der Verkäufer von dem Haus hat einen Wunschpreis. Wir bieten einen anderen als seinen Preis. Er akzeptiert unser Angebot und sozusagen sind wir jetzt under contract. Das heißt, wir sind eingeloggt. Wir wollen das Haus kaufen. Er möchte es verkaufen. Wir haben einen Vertrag, der regelt, was jetzt passiert. Wir machen eine Inspektion. Finden wir bei dieser Inspektion irgendwas, was uns nicht gefällt, können wir sagen, lieber Verkäufer, bitte reparier es oder wir preisen es ein oder wir treten vom Kauf zurück. Das sind die Optionen und das war die vertraglich vereinbarte Vorgehensweise. Diese Vorgehensweise ist in dem sogenannten Agreement of Sale festgelegt. Das heißt Zug um Zug. Wir machen unsere Inspektion. Die kostet uns Zeit. Die kostet uns Geld. Und so lange hält der Verkäufer still. Und wir reden nach dieser Inspektion und den Ergebnissen gemeinsam nochmal über den Preis beziehungsweise über die Modalitäten. Das ist der Vertrag. In dem MLS-System, also diesem Makler-Listing-Service-System, in dem alle Objekte hier in den USA für die Makler zugänglich sind und aus dem auch dann Zillow, Redfin und die anderen öffentlichen Portale gespeist werden, in diesem System muss der Status von diesen Vertragsverhandlungen irgendwie reflektiert werden. Das heißt, machen wir ein Angebot und der Verkäufer nimmt unser Angebot an, sind wir under contract. Dann muss der Status in diesem MLS-System für dieses Haus von active auf under contract oder under contract accepting backup offers umgestellt werden. Das ist die Vorgabe von diesem MLS-System. Genau diesen Status hat die Verkäufermaklerin im MLS nicht umgestellt. Auch acht Tage, nachdem wir under contract waren, war das Objekt noch als aktiv da. Das heißt, die haben noch Besichtigungstermine in diesem Haus akzeptiert und auch Backup-Angebote akzeptiert, was sie gar nicht hätten durften, hätten gedurft, hätten können, was sie gar nicht durften. So, laut Vorgabe waren wir under contract und da können die auch diesen Contract nicht einfach mal so auflösen und jemanden anderen under contract nehmen. Die sind eingeloggt, weil wir gehen in Vorleistung, liefern denen ein fertiges Gutachten zum Haus, was sie dann einfach nehmen könnten und einem neuen Käufer einfach die Gutachterkosten sparen können. Um das zu vermeiden, muss der Status akzeptiert werden bzw. angepasst werden und wir locken uns ein, der Verkäufer lockt sich ein und alle wollen eigentlich einen Deal. Haben die hier nicht gemacht. Nach mehrfachen Anrufen unserer Maklerin bei der Gegnermaklerin bzw. eines Anrufs bei mir beim Broker der Gegnermaklerin, also ihrem Chef sozusagen, da wurde dann auch nach acht Tagen irgendwann mal der Status auf under contract umgestellt, sodass die anderen Makler sehen konnten, da brauchst du keinen Termin mehr buchen, das Ding ist schon under contract, wenn der Vertrag durchfällt, dann kannst du wiederkommen, aber so lange verhandeln die beiden Parteien miteinander. Hier kann man sagen, das war ein kleines Gefecht am Rande, auch wieder so eine freizügige, großzügige Auslegung der Vorgaben und Regelungen, aber wie gesagt ein kleines Gefecht. Der zweite Akt, Cruella unterschreibt. In meinen Deal-Analyse-Videos, Links in der Beschreibung, habe ich schon mal darauf hingewiesen, dass es einige Gemeinden hier gibt in den USA, die verlangen von den Verkäufern, dass die eine städtische Inspektion machen lassen, bevor sie überhaupt die Genehmigung erhalten, ein Haus zu verkaufen. Das heißt, du kannst kein Haus kaufen in einer Gemeinde, wo der Verkäufer diese Genehmigung nicht hat, das heißt, der Vertrag ist unwirksam. Diese Inspektionen nennen sich Use and Occupancy Inspection, kurz UNO. Einige Gemeinden haben das, einige haben es nicht. Und diese Gemeinde, in der wir dieses Haus jetzt kaufen wollen, Prospect Park in der Nähe von Philadelphia, die fordern vom Verkäufer, dass der so eine Lizenz zieht. Das heißt, er muss den städtischen Gutachter beauftragen. Für einen Duplex kostet das 160 Dollar. Und dieser städtische Gutachter geht ins Haus und macht sein Gutachten. Und wenn das erfolgreich ist, kriegt der Verkäufer die Lizenz. Und mit dieser Lizenz kann er dann zum Closing kommen und das Haus auch erfolgreich verkaufen. Davon schien aber diese Maklerin gar nichts gewusst zu haben. Also überhaupt nichts gewusst zu haben. Das Ergebnis unseres eigenen Hausgutachtens war eine Mängelliste. Und diese Mängelliste haben wir mit dem Verkäufer abgearbeitet und haben die Sachen eingepreist oder runtergepreist. Also jedes Problem quasi vom Kaufpreis abgezogen und unser Angebot nach unten korrigiert. Also das Gutachten brachte Mängel hervor und dadurch hast du dein Angebot reduziert. Ist doch normal, oder? Richtig. Und genau das hat auch der Verkäufer unterschrieben. Also beide Parteien waren sich einig über den Kaufpreis und über die Modalitäten. Und jetzt im Anschluss, nachdem wir uns geeinigt haben, da stellte die Maklerin des Verkäufers plötzlich fest, oh, wir müssen so eine Use & Occupancy, also so eine UNO-Lizenz von der Stadt ziehen, bevor wir überhaupt weitermachen dürfen. Und somit bestellten sie auch den städtischen Gutachter. Der hat so einen richtigen Polizeibadge, also ist ein öffentlich bestellter Gutachter. Und der kam mit einem vernichtenden Urteil aus dem Haus wieder raus. Der hat nämlich fast alle Punkte, die wir dem Verkäufer von seinem Wunschkaufpreis schon abgezogen haben, als problematisch identifiziert und hat gesagt, musst du alles fixen, das, das, das und das, bevor du überhaupt weitermachen kannst. Ach ja, und übrigens, dein Haus hat Schimmelbefall. Du darfst ein Apartment von diesem 2-Apartment-Komplex nicht als bewohnbares Apartment betreiben. Jeder, der da was vermieten möchte, der muss vorher noch zur Stadt gehen und sich quasi freikaufen und die Inspektion nochmal durchführen lassen, nachdem er alle Probleme behoben hat. Autsch! Also bevor der Verkäufer jetzt dieses Objekt verkaufen dürfte, muss er alle Punkte, die wir eben schon abgezogen haben, auf eigene Kosten vorab selbst beheben. Sonst gibt es kein Verkaufszertifikat, also kein UNO-Zertifikat, keine License dafür. Falls dich das Gutachten und die notwendigen Reparaturen im Detail interessieren, dann schreibt mir einfach mal das Wort Gutachten in die Kommentare unter das Video und dann kann ich ein separates Video allein zu den Reparaturen und dem Gutachten liefern. Dieses Zweifamilienhaus war ja bewohnt, das heißt ein Apartment war ja bereits schon vermietet und aus dem Grund waren einige der Punkte, die der Inspektor gefunden hat, so dringend zu lösen, dass der Verkäufer sie umgehend reparieren lassen musste. Das heißt Stromkabel bzw. Stromkästen mussten erneuert werden, erneuert werden, Erdung der Stromkästen war nicht in Ordnung und es gab einen Schimmelbefall im Haus. Das heißt, das musste sofort repariert werden, bevor irgendwie weitergemacht werden konnte. Achja, Like nicht vergessen, Like, Like und Subscribe. Den Mieter, den waren wir natürlich bereit mit zu übernehmen, das andere Apartment war leer. Und im Apartment 1, also das unbewohnte Apartment, da hat der Inspektor gesagt, hier darf keiner einziehen, dieses Apartment darf niemand bewohnen, es darf nicht vermietet werden, bis der Schimmel nicht beseitigt ist. Wir hätten also einen Duplex, ein Zwei-Familien-Haus gekauft, bei dem nur ein Apartment vermietet werden durfte. Das andere war ja gesperrt. Wer kauft denn ein Zwei-Familien-Haus, bei dem ein Apartment überhaupt nicht bewohnt werden darf? Das macht doch keiner! Korrekt! Und letztendlich gab der städtische Inspektor sein OK zum Verkauf mit der Auflage, dass dieses Apartment nicht bewohnt werden darf, da natürlich ein Zettel vorlag, dass der Käufer alle Probleme kennt, alle Probleme übernimmt und sich um die Behebung dieser Probleme selbst kümmert. Und damit ging natürlich auch alle Verantwortung und die Verpflichtungen auf den potenziellen Käufer, also uns, über. Die Verkäufer-Maklerin hielt diese Lizenz, also diese UNO-Lizenz und das zugehörige Gutachten bis zum Tag des Closings zurück. Wir haben uns am Tag des Closings alle an einem Tisch getroffen und da haben wir das erste Mal die Maklerin gesehen, das Zertifikat gesehen, das zugehörige Gutachten gesehen und erfahren, dass eine Wohnung komplett gesperrt ist. Ja, cool, also sie haben alles repariert und gelöst und dann das OK von der Stadt bekommen. Easy! Ja, nicht ganz. Ich habe die Maklerin da in dem Moment auch das erste Mal persönlich getroffen und ja, wie gesagt, da schoss mir einfach nur der Gedanke Cruella durch den Kopf, weil die Maklerin erstens so aussah wie Cruella und sich aber auch so benahm. Anita, darling! How are you? Miserable, darling, is usually perfectly wretched. Wir haben beim Closing das erste Mal erfahren, dass eine Wohnung komplett nicht bewohnbar ist. Das habe ich der Verkäufer, Maklerin aber unterschrieben und habe gesagt, ja, hier ist ein Freibrief, wir übernehmen alle Haftungen, alle Probleme, die mit diesem Haus zusammenhängen, kümmern uns um alle Lizenzen. Ja, das Haus ist nicht bewohnbar. Wissen wir, hier ist meine Unterschrift. Nochmal, das Dokument habe ich zu diesem Zeitpunkt das erste Mal gesehen. Das war weder meine Unterschrift noch meine Telefonnummer und an dem Tag, an dem ich dieses Dokument unterschrieben haben soll, da saß ich den ganzen Tag im Flieger nach Deutschland. Komisch. Cruella hat also meine Unterschrift auf diesen Freibrief gefälscht, um den Deal einfach rutschen zu lassen. Sie hat das Zertifikat von der Stadt bekommen und somit konnte es weitergehen. Alter! Dann haben wir uns am Closing Table alle getroffen. Also unsere Maklerin saß da, wir als Investoren, der Verkäufer, Cruella, also seine Maklerin und die Settlement Company, also die Notarin, die saßen alle an einem Tisch und schauten jetzt auf den Scheck, den ich am Morgen von der Bank geholt hatte. Den hatte ich schon auf den Tisch gelegt, weil der sollte ja eigentlich an die Closing Company gehen und somit an den Verkäufer. Diesen Scheck habe ich genommen und ganz langsam wieder vom Tisch runtergenommen. Dann herrschte Stillschweigen am Tisch. Der Verkäufer von der Körpersprache saß da, als wäre ein Schuljunge, der seine Hausaufgaben vergessen hat und jetzt erwischt wurde. Cruella hingegen, die macht es clever. Die hat in Angriffsmodus geschalten. Aber Lukas, ist das nicht deine Unterschrift hier? In einem Cruella-typischen Ton eben. Da musste ich mich zurücklehnen, laut lachen und ja, in diesem Moment hätte der Deal auch am Ende sein können. Er hätte komplett geplatzt sein können. Wir hätten in diesem Moment sagen können, okay, Nichterfüllung, Deal ist geplatzt. Und wie konnte der Deal jetzt gerettet werden? Cruella konnte ich durch die Erwähnung der Begriffe Polizei, Urkundenfälschung, Betrug und Entzug der Maklerlizenz wieder beruhigen und einfangen. Die schaltete dann schnell in Modus bockiges Kleinkind um und saß dann da und hat so ein bisschen gebockt. Wir waren ja noch unter Vertrag und solange unser Vertrag noch aktiv war, konnten sie mit keinem anderen potenziellen Käufer, der vielleicht auch mehr bot, unter Vertrag gehen. Also wir sitzen auf diesem Vertrag und blockieren das Haus sozusagen, indem wir den Vertrag am Leben erhalten. Unser Gegenangebot war dann, ja, okay, ihr habt versucht uns zu verarschen. Wisst ihr was? Ihr fixt das Haus jetzt. Ihr bringt uns die Lizenz der Stadt. Und wenn die da ist und wir nur noch Kleinigkeiten feststellen, dann übernehmen wir diese Kleinigkeiten natürlich gerne und wir unterschreiben euch den Zettel mal wirklich. Also, ihr stellt alle beiden Apartments her. Die sind wieder bewohnbar. Alles andere übernehmen wir Deal. Da stimmten beide zu, also Cruella und der Verkäufer. Wir haben uns auf einen neuen Closing-Termin geeinigt, an dem wir uns alle in dieser netten trauten Runde wieder an diesem Tisch treffen. Diesen neuen Termin mussten wir noch zweimal verschieben, weil Cruella und ihr Verkäufer nicht in der Lage waren, die Auflagen der Stadt zeitnah zu erfüllen. Und das war wirklich keine Raketentechnik. Das waren einfache Sachen. Die haben es aber nicht hingekriegt, die Lizenzen zu ziehen und eben ihre Hausaufgaben zu machen. Also, dreimal verschoben. Beim vierten Mal haben wir geclosed. Ich habe noch nie viermal geclosed, aber hey, es gibt immer ein erstes Mal, oder? Ende gut, alles gut. So gesehen, ja. Also, wir haben hier schon für verschiedenste Objekte in allen möglichen Größenordnungen und Stadtteilen erfolgreiche Closings über die Bühne gebracht. Aber diese geballte Inkompetenz im Zusammenhang mit krimineller Energie, das war auch für uns Neuland. Das haben wir auch noch nicht gehabt, aber es gibt immer ein erstes Mal. In der Zwischenzeit zwischen diesem ersten geplatzten Closing-Termin, wo wir dann rausgefunden haben, dass sie meine Unterschrift gefälscht hat, und dem dann vierten Versuch zu closen, haben wir natürlich schon rechtliche Schritte eingeleitet. Das heißt, Polizei, Makler, Gilde, also beziehungsweise ihr Broker wurde informiert, verschiedenste Broker, die sich quasi auf einer anderen Ebene unterhalten können, die wurden darüber informiert. Die PR war schlecht für die Dame und natürlich auch bei der Pennsylvania Realtors Association. Da liegt ein Case vor, dass sie halt betrogen hat. Das heißt, da geht es um ihre Lizenz. Und natürlich wusste sie auch, von wem das losgetreten wurde. Und sie wurde natürlich auch darüber informiert und konnte Stellung nehmen. Als wir uns dann beim vierten Closing in Person getroffen haben, ja, also für mich war das ein inneres Gänseblümchen pflücken. Wir saßen wieder alle am Tisch, aber irgendwie hat sie mich nicht angeguckt. Sie hat kein Wort mit mir gesprochen. Komisch. Die Stimmung war bombig. Das Closing letztendlich doch erfolgreich. Sie hat ihren Scheck bekommen vom Verkäufer, nicht von uns. Und ja, wie gesagt, wir haben ein Haus bekommen. Also alle Unterschriften waren dann da, Lizenz war da und wir konnten erfolgreich an diesem Haus closen. Natürlich hat der Verkäufer ein bisschen mehr bezahlt. Erstens ist er im Preis weiter runtergegangen und zweitens musste er die Sachen, die er schon runtergegangen ist und reduziert hat, jetzt teilweise selber lösen. Ups. Ja, aber selber schuld, ne? Er kann sich ja das Geld von seiner Markterin zurückholen, weil er hat ja ihr den Scheck geschrieben. Nicht wir. Kommen wir zur wichtigsten Frage. Im letzten Video zu diesem Haus, da bat ich um Vorschläge für Projektnahmen. Es kamen ein paar gute, aber zu dem Zeitpunkt wusste ich noch gar nicht, wie blutig der Kaufprozess für dieses Haus überhaupt wird. Und deswegen heißt das Projekt jetzt Bloody Mary. Und wie geht es jetzt mit Bloody Mary weiter? Alle Reparaturen und die Crews sind entsprechend eingeplant und da geht es jetzt los. Das heißt, die Reparaturen laufen an und es wird alles behoben. Der Mieter im Apartment 2, also im Obergeschoss. Ja, ich habe so das Gefühl, der wird den Projektnamen Bloody Mary noch ein bisschen unterstützen. Ein paar Buzzwords, die jetzt schon aufgekommen sind. Keine Miete bezahlt. Strom geklaut. Wasser geklaut. Im Haus geraucht. In der Wohnung geraucht. Mit Feuer- und CO2-Meldern rumgespielt. Ja, ich glaube, da geht es noch weiter mit dem Thema. Aber auch das gehört zum Entwickeln eines Hauses dazu. Es gibt nicht immer nur die Supermieter, mit denen man sich super versteht, sondern es gibt auch diese dornigen Chancen. Falls dich die nächsten Schritte zu diesem Haus, die Reparaturen natürlich und auch das Gutachten interessieren, dann schreib mir einfach Gutachten als Kommentar unter das Video, den Like nicht vergessen, den Kanal abonnieren, falls du es noch nicht gemacht hast, Glocke aktivieren und dann wirst du sofort informiert, wenn das neue Gutachten-Video rauskommt zu diesem Haus. Jetzt danke ich dir für deine Aufmerksamkeit. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin.